I.N. Gelder ist ein britischer Schauspieler. Leben Gelder begann seine Karriere als Theaterschauspieler und spielte 1969 an der Seite von Julian Glover und Jerry Hund in Peter Schäffers A.Royal. Hund auf A.S.U.N. am Theater Royal in Bristol. 1972 hatte er seinen ersten Fernsehauftritt mit einer Gastrolle in der Fernsehserie Ein Fall für Scotland Yard. 1973 und 1975 spielte er die Rolle des David End in den Miniserien The Donati Conspiracy und State of Emergency. Seit 1977 tritt er mit der Royal Shakespeare Company auf und spielte unter anderem in den Shakespeare-Produktionen Was Ihr wollt. Der Kaufmann von Venedig und der widerspenstigen Zähmung. Er spielte zudem im Musical The Sound of Music und in einer Produktion von Arthur Millers Hexenjagd, die 2007 den Olivier Award gewann. Gelder wirkte seit Anfang der 1970er Jahre in verschiedenen auch in Deutschland bekannten britischen Fernsehproduktionen wie die Profis Agatha Christie's Poirot und Torchwood mit. Zu seinen Spielfilmrollen gehören Auftritte in der US-amerikanischen Filmkomödie King Ralph mit John Goodman und Peter O'Toole. Klein Dory nach dem Roman von Charles Dickens sowie die deutsche Filmproduktion Die Päpstin von Sönke Wortmann. Gelder lebt mit dem Schauspieler Ben Daniels zusammen. Filmografie 1972 Ein Fall für Scotland Yard 1975 Edward VII. 1979 Die Profis 1988 Klein Dorrit 1991 King Ralph 1993 Agatha Christie's Poirot 1997 Casualty 1998 M.C. Callum Tote schweigen nicht 1998 The Bill 2006 Holby City 2009 Torchwood 2009 Die Päpstin 2010 Gerichtsmediziner Dr. Leo Dolten Seit 2011 Game of Thrones 2013 M.R. Selfridge 2016 Ripper Street Abert Michael Motor Lippo 21 21 Vielen Dank.